Mein richtiger Name ist Freddy Mombongo Duis. Freddy ist ein bekannter Name, jeder kennt den Namen. Mombongo ist Business. Meine Karriere habe ich in Afrika in der Schule gespielt. Und dann wurde ich nach Deutschland als Fischlinge. Und dann habe ich meine Karriere bei Fortuna Köln gewonnen. Danke, danke, danke. Ein Match ist Freddy Mombongo ein Held auf der Boszell. Ein Mann von zwei Zielspunkten und ein Mann mit ein Verhaal. Nach fünf Jahren in Deutschland kamen die 26-jährige Kongolees bei zweiten Klasse Öpe. Dann bekam er ein Rood-Wit-Signaal. Mein erste Spiel in Belgien war hier in Anbar. Das hat mir direkt sofort in Deutschland geändert. Wenn man hier diese ganze breite Stadion hier sieht und die Stimmung, die Fans. Das ist unglaublich. Das ist genau wie jeden vorige Ende Heim Karnaval spielt. Mit 28 doelpunten in 2 seizoenen zorgde Mombongo mee voor de promotie naar ersten van Öpe. Bei Bergen dit seizoen verloor hij de strijd om een basisplaats van Topschutter Perbet. Mombongo wilde spelen en koos in januari voor Antwerp. Ich glaube, wenn mein eine Sturm wie Freddy Mombongo verpflichtet, dann weiß der, dass ich ihn nicht nur für Frauen spiele will. Und ich glaube, diese Fans hier auch, die wollen das nicht. Das passiert acht Jahre oder neun Jahre. Man versucht das nicht mehr aufzusteigen. Mit diesem Verein kann man sich überlegen, in die erste Liga zu gehen. Das ist eine Geschichte. Freddy Mombongo hat eine Bescheidung mit der Bescheidung. Eine Bescheidung mit der Bescheidung. Eine Bescheidung, die er schon ein wenig nachgekommen ist. Die singen schon mein Lieblingslied von AS Öpe. Mombongo, Mombongo, das singen die schon. Das ist was tolles. Und grade erst Heimspiel und man sofort zwei Tore. Der beste Ergebnis. histoire